Na gut ich glaube das hier ist jetzt neu den Tunnel könnte man sich mal merken um das war eine Mütze da ist dann war alle Knöpfe und einer wird schon richtig sein die Ziele ich bin der Zwergmeister da in die Schlacht diese Geniales wieder die zu werden und auch der so Knüppelbär mit den Abschießen noch ein Ton aber mein kleiner Zwangsbruch als ob er da so ein kurzer Baum reinmachen er könnte auch einfach noch mal gehen er wollte sich bei aber ich brauche die ich mache die ganze Scheiße sicherlich umso das war es so schafft das ich glaube ich sein Power ich dachte dass wir jetzt lieben da hat das da hat ich kann er wird wir sind wirst du nicht hin muss aber links Minister das aber Karte wenn ich ihn jetzt auswählen dass das fein das ist für ihr beide auf einmal mitnehmen und da kommen wir zwei Wochen da werden die Steine wohl gebraucht wahrscheinlich um übers Wasser zu laufen wäre jetzt so logisch er kann einfach rüber springen von mir ist kann er jetzt sagt er überwerfen weil sie es nicht selber schaffen sollte also irgendwie manchen stellen dass das Spiel wirklich ein bisschen das und noch mal zwei ernsthaft das schafft er es nicht rüber zu springen Junge das ist nicht mal ein fußbreit wir wollen wir noch nicht stellen ich würde lieber gegen die Bären kämpfen die wenigsten lustige Aufgaben statt Schleine Schleine genau ich steppe Schleine anstatt hier Steine rumzuschleppen auch ja ja wird das ist wahrscheinlich wieder so er muss gegen etwas gehen als ob ich ihn mit meinem Schwerb nicht einfach töten könnte man gut das ist ein Kinderspiel ihren Töten ist doch wohl aber ich muss immer schicken oder Krieger sind ich glaube ich muss empfehlen Lowe Lowe er hat jetzt mehr kommen gerannt und jetzt werden er hat dann noch werden das ist ja noch mal ich hätte nur sagen doch müssen noch die Begründung R.A. Arzt sie trägt ein Gewicht wir brauchen einen anderen Weg das wird das klingt also kann sein perfekt gerettet und wenn der Bär uns hätte herläuft, dann verlängern. So, dann muss man da jetzt auch noch hoch. Ja, ich wollte schon sagen, ich dachte, dafür bräuchte es auch den Bär. Aber hier geht es auch gar nicht weiter. So, dann muss man da hin. Ups, da komm. Werft dein Seil da hoch, mach mich nicht sauer. Was hätten unsere Ziele? Benutze die Beeren um den Wald zu verlassen. Okay, ups. Zack! Oh, vielleicht werde ich mir erstmal geschlüsseln wollen. Ich hätte zum Nachhinein... Weg fährt loser Bär. Komm, mir hat er wohl gut. Gut, 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 gut. Gut, 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 gut. Der bekommt nur im Grunde. Mein Hubszug. Gut, 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 gut. Ja. Ja, ja, ja. auch in den bestimmten Gründer er hat er wird okay los zum Bär ich will den Zweck sein die Schlacht aha niemand kann es mit mir aufnehmen waaah 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 lassen wir ihn schlafen? Ne, muss ich wollen сем C ha ha anywhere US nur Meda M Gr Prozent 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 in den Berg Prozent Lauf du Zwerg Lauf du Zwerg Prozent 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 Perfekt Glaubst du, das ist ein Bär? Wir schießen, das sind wir Keine Angst, Susan, ich bin noch nicht ganz verwildert ich bin noch nicht ich bin noch nicht ich bin noch nicht wir sind ich bin noch nicht im prepaar wirst du 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 Aslan? Es ist Aslan! Aslan dort drüben! Wo? Siehst du ihn nicht? Er ist... Siehst du ihn jetzt? Ich bin nicht verrückt. Er war da. Er wollte, dass wir ihm folgen. In diesen Wäldern gibt es bestimmt viele Löwen. Ich erkenne doch Aslan, wenn ich ihn sehe. Also, ich springe jedenfalls nicht von einer Klippe für jemanden, der gar nicht existiert. Letztes Mal hab ich Lucy nicht geglaubt und stand am Ende dumm da. Warum hab ich ihn da nicht gesehen? Vielleicht hast du nicht hingesehen. Tut mir leid, Lu. Arme Lucy. Lass sieh. Das war's für heute. Oh, come on. Nein! Halt! Prinz Caspian? Ja? Wer bist du? Peter! Oh, König Peter? Zumindest wissen wir, dass manche von euch ein Schwert führen können. Wir werden jede Klinge brauchen. Yay! Wir haben zusammengefunden! Super! Würde man sagen, das ist dann jetzt auch die nächste Abteilung, oder was man das nennen soll. Jo. Dann wird es langsam Zeit. Wir bringen deine Truppen hinein. Übernimmst du die Wachen? Bei meinem Leben, Herr. Das ist ganz schön weit vorgesprungen, oder? Da fehlt doch noch ein ganzes Stück. Das ist ein ganzes Stück. Du. No. Jesus. Cornelius Gemächer? Wir können da nicht lang. Die Wachen werden uns bemerken.